Olaf, was braucht man alles für einen Podcast? Kopfhörer. Kopfhörer sind das Wichtigste. Denn wenn du die Kopfhörer... Mit Kopfhörern hörst du was. Ja, ich höre dich sehr gut mit Kopfhörern. Und das Tolle ist, durch die Kopfhörer hört sozusagen nur der Kopf. Ohne Kopfhörer hören alle alles. Und das ist eben total wichtig. Dadurch bleibt der Podcast erstmal geheim. Und man kann ihn dann zweitverwerten. An welche, die sie das anhören. Sonst würden sie ja alle sofort gleich hören. Und das ist Quatsch. Aber... Stimmt. Verrückt. Ja, hab ich wieder was gelernt. Bitte, bitte. Danke, dass ich helfen durfte. Gerne.